Hallo und herzlich willkommen hier auf die Mürfelstücke, dem Zweitkanal der Miris. Ihr wisst schon, das sind die da vorne. Hallo Daikiri, ist alles klar? Ja? Ja? Gut? Wunderbar. Hallo Marshmallow und oh mein Gott, ich muss da dringend mal sauber machen. Das mache ich nach Anschluss des Videos, aber da habt ihr jetzt überhaupt nichts mit zu tun. Ich muss jetzt einmal ganz kurz die Trüde austauschen, denn... Denn da vorne kommt nämlich jetzt was hin. Oh, das war jetzt total spannend. Jetzt stehen sie einfach nur hier vorne. Und was kommt da hin? Das zeige ich euch jetzt. Nämlich eine ganze Packung Gras. Katzengras wurde von euch gekauft, habe ich jetzt angezüchtet. Und jetzt ist es groß genug, damit die Meerschweinchen das essen können. Wir haben auch noch ein paar mehr. Ich freue mich in kommender Zukunft da auch noch ein paar wachsen zu lassen. Ich finde das total gut. Ich weiß, ich habe die Aufmerksamkeitsspanne eines Hirschkäfers, nämlich gar keine. Aber mich macht das total glücklich. Also ja, deshalb gebe ich heute mal den Meerschweinchen Katzengras. Also Kleintiergras. Das ist sowieso alles genau das gleiche. Und danach mache ich die Möffelstücke mal sauber. Mal gucken, ob ich das im Stream mache. Also in dem Meere-Stream. Guck mal, wer da unten runterkommt. Ein Spot, der hat das Katzengras gerochen. Na gut, dann würde ich sagen einfach mal, guten Hunger, wenn ihr demnächst noch auf dem Meere-Streams vorbeischauen sollt, dann links in der Videobeschreibung. Kommt mal vorbei. Und guckt mein neuestes Video. Ich habe jetzt angefangen mit Videos machen. Viel Spaß dabei. Links sind auch in der Videobeschreibung. Essen? Nicht streiten. Ist das klar? Gut. Was ist los? Stört euch das, dass ich hier bin? Soll ich gehen? Marshmallow, ist das nicht dein Ding? Nerv ich dich? Nerv ich dich, Pudding? Was ist mit dir? Nerv ich dich auch? Mann. Dann stelle ich jetzt den Stativ auf und geh halt. Pö? Crumble interessiert das überhaupt nicht. Das gefällt mir. Dann muss ich jetzt noch ein Foto machen, bevor hier alles weg ist. Bis gleich. So, ich bin weg. Ciao. Nee, 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 nee. Ich bin weg. Okay. 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 Ich bin weg. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.